Ja, ich bin Rang 30! Genau. Kannst du jetzt was sagen, Lukas? Ah! Hallo! Das war euch bestimmt alle total erschreckt. Ja, du! Genau, ich brauche jetzt noch um die 430 Punkte oder so. Hab natürlich die S-98 dabei. Also wieder die Anfangsschniper. Und das war ein Bodyshot. Wie kann das sein? Das war wieder ein Bodyshot. Oh man, die Waffe ist ja der King im Bodyshot setzen. Und ja. Medic Woman, Alter. Ah, Medic Woman ist jetzt Level 10 mit Peschenek. Und Red Dot drauf, natürlich. Alter, ich krieg grad... Ich bin so an die JNG gewöhnt. Ich krieg grad nur Bodyshots. JNG, nu! So, hier. Herr 64 ist Hans Kill Headshot. Alter. Der nächste Kill wird's. Ich hab zwar noch die VSS dabei, aber mit der werde ich's nicht machen. Ich will einen sicheren One-Shot. Who has S-94 with Desert Ballistic? Me. Das bin ich. Ist er neidisch, hm? Ja, der auch gern. So, wo ist das hier in der Web stehen? Ja, ich bin Rang 30! Mal wieder! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Alter, ist das geil, Mann! Jetzt muss ich nur noch meine NG auf Rang 30 bringen. So hast du ne Chossal richtig schlechtes Entzugust. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin Rang 30, Alter! Ja! Ist das geil, Alter! Das ist fast so geil wie ich, Alter! Ja! Alter, ist das geil, Mann! Ich rocke! Alter, fick dich aus dem Spawn raus, Alter! Ja, eigentlich wollte ich ja auf unserem Server, ähm, das machen, aber das ging ja nicht, weil da sind gerade nur vier Leute drauf, also... Oh, das macht Spaß! Also, ich werde da mal so ein Server-Vorstellungsvideo machen und... Jo, genau. Und irgendwie... Warum spawne ich immer in diesem Container drin? Das finde ich jetzt echt irgendwie so langsam ne Frechheit, finde ich. Warum kann ich nicht da unten irgendwo spawnen? Und das ist mir jetzt auch egal. Ich bin Rang 30! Und werde von einem Rang 30er gespawnt killt, wie bitter. Alter, warum spawne ich da immer drin? Das gibt's nicht, weißt du? Sonst, wenn ich mal denke, okay, lass mich mal im Container spawnen. Nö, warum sollte ich im Container spawnen? Aber... Schon wieder, oder? Alter, das... Nein! Trotzdem, wie oft ich jetzt in diesem dreckigen Container gespawnt bin, Alter! Deine geile KD! Ja, toll! Was soll ich denn bitte machen sonst? Ich wollte dich jetzt eigentlich messern! Bamsen... Ich bin ja auch Rang 30 geworden, ja, ja! Kam leider kein Video. Na... War mein scheiß Renderprogramm. Oh man, lass mich doch nicht mal messern! Klai! Du hast mich nur gespawnt killt, Aldo! Ja und? Ja, war das geilste, dass ich das jetzt auch mit meiner Lieblingssniper machen konnte, den Ranker mit der... Sexy als 98, Alter! Das wär... Wenn ich dich jetzt wieder gekillt hätte, dann wär's auch wieder lustig geworden. Na gut, dass ich kein Deadmans hab. Ja. Nö, Deadmans brauch ich nicht. Ich auch nicht. Und ja gut, ich hab bei meinem Sniper gerade die 2er KD geschafft. Also die Gesamt-KD ist jetzt eine 2er KD. Die wird gleich wieder kaputt sein wahrscheinlich. Nee. Magic Woman, Alter! Hast dich am Schwanz! Hahaha! Ja, Mann! Alter! Also ich hab ne 2... 4 irgendwas KD. Mit Doktor, du hast du ein 2,14er. 2,41 Länder? Nein, 2... Ach, egal. Also ich sag's dir, wenn ich recht hätte, dass es irgendwo bei... 2,1 ist dann, wenn ich da richtig fetten Screenshot jetzt ein... Oh Mann, ist das geil! Ja, der einzigste, den ich jetzt noch auf Rang 30 bringen muss, ist der Kack Angie. Bei mir muss noch jeder sein, außer Stammsolder. Außer Medik und Stammsolder, da sind noch Sniper und Angie. Ähm, schließt fast 26. Sniper ist 21. Ich sollte irgendwas machen hier, das ist ja langweilig, was ich hier mache. Ja, komm, wir machen jetzt Messer-Battle. Nee, ging nicht, I'm down. Da komm, wir tun jetzt einfach beide, nur noch Only-Messer rumlaufen. Hm. Komm. Na komm, scheiß drauf. Nee, gibt's halt immer nur Only-Knife. Na scheiße, Mann. Nee, das kann ich nicht machen, würde mein Team gewinnen. Dann könnte ich das vielleicht schon eher noch aus rausführen, aber so wie mein Team gerade spielt, brauche ich es kann nicht probieren. Wenn wir uns sehen, machen wir ein Messer, weil ich glaube, hier mit Messer rum. Ja, viel Spaß. Warum? Ich hab doch mein... Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck ich liebe die es einfach nur so mache ich nicht aber ich liebe ich liebe die es 890 ist so geil einfach nur nur zum leveln da hat sich die mg bisschen mehr angeboten aber ich weiß es nicht weil irgendwie ich hab's jetzt ja frei aber das ist das ist die ganze zeit die Wache für den hässlichen Spawn-Killer da ich hab mir schon mal und ich bin ja gar nix ich hatte schon mal eine ganze Runde lang gemacht es ist doch langweilig ich hab's nicht aufgenommen ja trotzdem ist es doch langweilig nur in unserem Container drinnen sitzen ist längst oh ja rechts von deiner oh ja ich habe mal damit nur mit defi gemacht das war lustig lustig haben sich bestimmt alle voll drüber aufgeregt oder haben alle lachen smiley geschrieben du hast laske ich hab die noch gekriegt ja geil mann okay also Leute kill wurde mir nicht angerechnet was ist denn das ach egal na gut dann war das jetzt mein ich bin rang 30 video ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns auch beim nächsten mal also bis dann tschau tschau tschau